herzlich willkommen zu einem video von heyday heute doppelt xp schiff event und das wollen wir ein bisschen ausnutzen hier ich habe jetzt noch nicht so viel speck stimmt das muss ich noch zusammen kaufen irgendwie aber wir gucken einfach mal warte mal ich hole mir direkt erstmal die marmelade hier flau marmelade die holen wir uns direkt mit dem hanswurst hier und dann können ein das schiff event doch mal ein starten ein starten starten wenn wir etwas mit starten wenn ein paar schiffe abschicken denken dass wir so ein bisschen was an erfahrungspunkte machen werden auf jeden fall vielleicht level up auf jeden fall nah zum level up kommen werden ich werde jetzt ein bisschen weiß machen und dann einige schiffe abschicken wenn auch ein bisschen zuckerrohr anpflanzen ich weiß ich brauche das jetzt für schiff aber trotzdem plant sich ein bisschen was an genau gesehen genau gesehen richtig 23 46 69 1 übrig da werde ich einfach alle abschicken von dem ich glaube ich finde sowieso kein speck oder ich kann das hier mit anderen gucken er sollte eigentlich auch speck genug haben mit den anderen aber irgendwie ja wollte ich da jetzt gerade nicht drauf gehen wenn man werde ich zuckerrohsche macht fertig machen hier genau sechs zu wenig 15 habe ich auf jeden fall die liegen ja schon da da wollte ich das noch mal flau marmelade brauchen wir nicht zu sein also 15 fertig dann habe ich 24 habe ich nur noch dieses blöde zu karo ist verarschen fünf stück wir sind wieder heftige diskussion außerdem ist neues derby hoffentlich schniff aufgabe dann natürlich nicht gute aufgabe die können ja auch machen mache ich auch auch mal die einfach mal ich habe jetzt gar nicht meine anderen beiden farben ich habe eine weitere farben da komme ich gleich noch zu ansonsten war es auch schon die verteil schreiben braucht fünf zuckerrohr nicht mehr und nicht weniger ach scheiße ich wollte eigentlich grüner futter machen egal hätte ich auch hier machen können aber nein da bleibe ich beim schweine futter da bleibe ich mir treu der jonas dann wollte ich auch noch befördern mache ich jetzt mal eben nicht weil er mir zu grau gegeben hat sondern einfach nur stimmt warte ich wollte noch welche befördern ich gucke mal eben kurz durch ganz fix so mitglied Niklas ist Niklas dann ist Niklas da Niklas auf jeden fall Konsti ich befördere mal Winky Mark Horst ja das reicht jetzt mal obwohl Konsti können die eigentlich auch befördern Konsti ist eigentlich auch schon ewig bei uns gefühlt ewig ich habe schon alles verplant für andere Tauschangebote leider alles schon verplant hier ich brauchte sechs scheiße Speck uh Speck scheiß drauf dann gebe ich es einfach frei ich brauchte sechs ach man scheiße Ironie des Schicksals nenne ich das naja rechnen kann ich anscheinend auch nicht mehr ist ja super für alle die es vorher gemerkt haben die bekommen jetzt einen virtuellen Keks von mir und 100 Gummipunkte habt ihr aber schon einen richtigen Facepoint gemacht hätte ich auch wahrscheinlich wenn ich das gehört hätte ja und Schiff Ahoy Nächst Schiff ich habe immer noch die Giraffe freigeschaltet das ist richtig assi das ist blöde Giraffe ey ich brauchte nur noch ein scheiß Puzzleteil die ganze hell der benachrichtigung hier ich weiß nicht warum aber ich krieg sie obwohl ich im spiel bin sehr strange ähm hier mach ich mal Traubenmarmelade Trauben brauche ich immer aber das sieht gut aus als Schiff ok Kondock gibt am meisten EP mach man den auf jeden Fall voll davon habe ich am meisten Kondock würde ich am liebsten freigeben Butterpopcorn so mach mal so und machen dann Butterpopcorn blau genau dann brauche ich jetzt noch ein paar Inserate Weizen wird mir schon gekauft das ist mies ich hätte kein Weizeninserat machen sollen am besten Erdbeeren ups am besten Erdbeeren vor allem beim Derby im Moment das ist ja schon wieder so eine Erdbeerflut oh schon voll cool das freut mich das geht ja schnell tja ironischerweise habe ich 10 Speckier in der Zeitung gefunden ironischerweise boah ich habe schon den ganzen Tag heute Kopfschmerzen ey richtig schlimm das kommt bestimmt vom Wetter weiß auch nicht schon den ganzen Tag und die Augenweh Kopfschmerzen richtig crazy mal Maisbrot rein hier weiß ich mich noch nicht ob heute ein Livestream kommt ich muss ja gleich Putzball Donnerstag sollte ja wenn Fallzeit haben habe ich bisher auf jeden Fall noch nichts sieht ja gut aus immer das frei und machen quest die da blau oder ja es gibt EP ohne Ende EP ohne Ende können auch einen EP Schub machen aber ich möchte keinen EP Schub für drei Stunden machen nur weil ich hier jetzt ich denke mal der Part wird so ungefähr eine Stunde gehen wahrscheinlich wahrscheinlich auch schneller wenn ich Level ab bin da ich auf jeden Fall auf mit Schiffe holen haben ein paar Schiffe abschicken ein paar Schiffchen Toast mit 10 Käse mache ich mit gebongt jetzt gebongt Hülner-Smoothie und Joghurt-Smoothie immer immer Platz Kohle Eisen mache ich nicht da brauche ich für den hessigen Blumenstrauß im Anmülleimer deswegen mache ich das mal nicht Hühner muss ich gleich noch füdern Hühner oder Schafe 1 und 2 muss ich gleich noch füdern Tipp mal eher auf Schafe habe ich schon komme ich dann auf 48 sehr komisch sehr komisch also ich kann den doch die Schafe waren bestimmt noch nicht fertig oder das kann sein das kann sein ja Wahnsinn noch nicht fertig ich wusste gar nicht dass ich heute schon gespielt hatte also ich hatte heute schon gespielt aber ähm ja okay ich muss auf jeden Fall wieder ein paar Pflaumen haben ich muss gleich mal gucken ob bei der zweiten oder bei der Gelebe-Bohnen-Farm irgendwie Beleben-Aufgaben sind oder so die sind nämlich alle zum Beleben hier die manchmal weg auch wenn es XP bringt aber brauche ich eigentlich gar nichts blau machen komm mal pflaumenblau warte hier wer das ist ein easy Schiff ey neuner Schiff Zeitzahl easy für die online Menschen Advan rein 77 und ich brauche 7 Karottentorten ist das ein Zufall ich denke nicht der Jonas hat dir da geholfen thank you war so ein Loch da drin ich dachte jetzt ich hätte da wieder was vergessen bestimmt ich hatte eben kurz draußen gespielt da habe ich auch keine Derby-Aufgabe angenommen lustigerweise hm mach ich hier machen wir mal Pullover kein Problem kein Problem solange es nicht blau ist ist das nicht schlimm ja ich möchte euch ein neues Mitglied vorstellen jetzt ist noch sehr jung muss ich sagen ähm ist ja 6 geworden ähm es wird in die Streaming Dinger mit reingenommen werden ähm ja mit involviert natürlich hm das kann ich noch dazu sagen kommt nicht in die erste, zweite, dritte Gemeinschaft kommt in meine geheime Gemeinschaft ja was heißt geheime in die Gemeinschaft wo alle anderen Farben drin sind nämlich meine neue Farm ähm wie jeden der jetzt sagt ich habe eine Person gemeint nein ich habe keine Person gemeint ich habe eine neue Farm ich habe das irgendwie hingekriegt dass ich doch mehr Farben spielen kann also 8 für den nächsten Stream soll auch 8 bleiben ich möchte auch nicht mehr als 8 ja eigentlich würde ich schon mehr machen ich weiß noch nicht wie das mit den weißen Büchern ist ihr kennt das ja ähm ja guck mal wenn es so viel wird machen wir halt ein bisschen weniger kommen wir doch direkt das Zuckerrohr ab ja da ist sie da wird 6 da sag ich ja kürzlich erst 6 geworden hm die Scheune stellen wir wieder hier hin müsste auch nur so eine Shopping Farm werden was hat er denn hier 3 Milch habe ich nicht weg damit muss er noch machen Eierkopf toll sammel 12 Eier juhu freigeschaltet tja dann machen wir hier am besten zwei mal Kuhfutter obwohl ich muss da eigentlich Sojabrot anbauen scheiß drauf und Weizen gut jetzt habe ich keinen Weizen mehr für Brot aber ist ja gleich fertig und ich habe kein Kuhfutter na toll egal endlich schon mal dann kann ich nämlich schon mal Sahne machen hi ja ach das wusste ich schon man Mr. Wiggler erzähl mir nicht was was ich schon längst wusste und das D sieht immer noch verbuggt aus selbst wenn man es dreht muss ich dir mal sagen Mr. Wiggler Mr. Wigglmeister okay mit der Farm möchte ich Level 10 werden das reicht eigentlich wann gibt es das hier ja Level 10 reicht dann kann ich in die Gemeinschaft gehen passt okay ein Bolzen äh Scheune werde ich auf Level 100 machen auf Kapazität 100 das reicht das Straßenverkauf schalte ich nächstes Level frei Hyrule habe ich schon hier in der Freundesliste jo ansonsten ich kann mal gucken was Greg so drin hat der Greg Master oh Kuhfutter das passt mir mal sehr gut aufräum brauche ich eigentlich nicht und ja das war es eigentlich schon mit der Farm so jetzt geht es weiter mit Schiffabschicke 2 Stunden 55.000 gemacht ja wir machen jetzt auch einiges an EP noch ich denke auch dass wir locker Level up werden jetzt hier bei dem Event Carrots nach 120.000 sollte drin sein sollte drin sein mit meiner Stadt dann haben wir brauchen wir noch 110.000 ich werde jetzt nach diesem Schiff beziehungsweise ich werde das Schiff jetzt anstarten und werde dann in die Stadt gehen ja da war der Fuchs da oben ey jetzt außerhalb des Bildschirms muss noch mal vorgucken bevor ich irgendwas voll mache aber ich hatte das schon mal beim Schiff die Wände da war ich zu schnell und dann konnte sie haben wir doch nicht machen das Kackschiff ich mache das jetzt so dann kann man wenig an der Karotten voll machen und wir haben wir gehen jetzt wir gehen jetzt um die Stadt wo es noch mal 10.000 EP und das Puzzle hat kriegen wir beim Elefanten naja besser als gar kein Puzzleteil ich werde sowieso alle fast gleich kriegen Pension ist gerade fertig ey das hat die auch noch nicht genau pünktlich zur Pension bekomme ey Pension ich bin pünktlich oh ich habe nichts gemacht ja Dominik brauche auch Hilfe ja Schiff ähm Event ist eigentlich immer besser als LKW Event eigentlich ist es wirklich besser wenn ich heute mehr Zeit kann hätte ich auch einen Livestream gemacht auch einen längeren ich war heute Probearbeiten ähm das war das Problem muss erstmal den persönlichen Zug kommuniziert die Heinis ein paar Heinis holen das haben wir brauchen nur noch 104.000 ja fress die Rose egal ob ich keine mehr krieg ich schon mal aus der Zeit ah ein Speck ey diese Schweine Männerpension das war Ja, wenn die Schiffe gut laufen, dann können wir noch richtig viele gute EPs machen. Jetzt sind alle Pensionen, die Pension nur sein können, irgendwie in irgendeiner Hinsicht. Irgendwann irgendwie zu bedienen, ja. Wolle, den schick ich mal nicht weg, den krieg ich eigentlich richtig schnell durch die Zeitung. Die Sirup kann er haben von mir aus. Aber jetzt noch genug, aber wahrscheinlich bald nicht mehr. Ok, Corbett ist glaube ich auch jetzt gleich schon voll. Corbett ist schon voll. Pension auch, das Minus mäßig. Kino auch, holy shit. Kann ja gleich gar keiner mehr abschicken. Ok, Kino Corbett und Pension sind voll. Das ist semi-gut. Aber besser als ihn einfach nach Hause zu schicken, muss ich auch sagen. Ok, Kino Corbett, Kino Corbett, ja. Du hast. Geht jetzt in der normalen Farm weiter. Ich möchte eben kurz bei meinem kleinen Pupa gucken. Jonas hilft allen. Ok, Mais gibt's da, naja. Gibt's nicht da, brauche ich da, meine ich. Ok. Um mal Sushi, Sushi-Rolle und Daku. Ok, wenn Sojabohnen fertig sind werde ich erstmal Mais anbauen. Drei Sojabohnen brauche ich dafür. Und hier eine. Oh, sind wir gleich irgendwann fertig. Da kann ich ihm auch immer rüber geben. Fünf Sojabohnen da. Fünf Sojabohnen da. Zwar auch nur 17, aber die fünf kann ich schon verkraften. Ach, ich kann das ja noch nicht kaufen. Ach, toll. Und ist gleich weg. Egal. Hm. Ich hätte trotzdem Humasushi freigeben sollen. Ich habe das andere freigegeben, weil ich dachte. Ok, war schon voll. Alles klar. Ähm. Ich dachte ich habe mehr davon. Ich bin mir grad total verwirrt. Total verwirrt. Zwiebeln, Traumarmelade und roter Schal. Da bin ich mal gespannt. Next. Schief auf jeden Fall. Schiffe bis zum Level Up. Dauert zwar noch ein bisschen, aber. Da wird auch eng, glaube ich. Gut, da habe ich schon keine Zwiebeln. Da habe ich keine Zwiebeln mehr. Das ist scheiße. Ich brauche auf jeden Fall Zwiebeln. Hm. Könnte sein, dass ich trotzdem an der Traumarmelade schalte. Ich werde jetzt erstmal diesen Schub hier aktivieren. Und diesen. Einfach mal, damit ich ein bisschen weniger Schübe da habe. Was braucht der denn? Habe ich nicht. Komm, mach mir die Klotsche mal. Oh, scheiße. Das waren glaube ich Inserate. Ich brauche aber Klotsche. Geht mir mehr als 30. Sorry Dominik. Sorry. Ich habe übrigens beim letzten Durbelrückblick vergessen, die Liste zu zeigen. von der ersten. Die Einzelliste. Ja. Das ist nachher gemäßig. Oh, ich brauche Klotsche. Klick. War das gut. Das ist super. Spiel. Dankeschön. Aber ich hätte sogar noch Zwiebeln freigeben können. Egal. Schein mache ich so voll. XP-Schub möchte ich wirklich nicht einsetzen. Das war keine Absicht. Jetzt habe ich mir mein Inserate auch rausgekauft. Ist das Problem wenn man äh. Mach einfach. Das Problem wenn man so viel in einer Freundeslist hat. Manche kaufen einem das einfach raus. So. 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 Ja, müssen wir ein bisschen warten, ein bisschen warten. Ja, ich kann weiter machen. Oh, ein Miles will der. Dann kriege ich trotzdem 5 Erfahrungspunkte für. Das ist sogar noch ein gutes Geschäft eigentlich. Warum nicht? Ach so, er hat eine Schiffaufgabe gemacht. Na gut. Ich dachte, er spielt Schiff-Event. Ja, schon mal kacke Aufgaben hier. Holy shit. Ich lösche mal diese hier. Unter 310 ist sowieso löschen. Tomaten 92 müsste ich zweimal anpflanzen. Ich glaube, die mache ich sogar. Wenn ich Füttern fertig habe, dann über Nacht Tomaten. Nochmal anpflanzen, dann werde ich nachmittag fertig. Aufgabe-Winky. Noch mal Erdbeeren rein. Oh nein, ich habe den Schiff-Bereich. Äh, Angel, Gammel. Äh, Hässlern-Bereich. Irgendwie. Irgendwas. Welche Aufgaben hat der schon wieder? Ach so. Viermal Schiff. Jetzt noch zwei. Wenn man Schiffaufgaben kriegt, ist das nicht so schlecht. Aber es ist ja keine da. Da mache ich lieber Füttern. Wenn ihr ein bisschen weniger Punkte habt, aber die nächsten werden dann 320er. Mit einer Golfin. Also gut, dann in Benachrichtigung. Vielleicht sollte ich die noch nicht so verfluchen. Dankeschön, Dream High. Herzchen. Juhu. Also was wollen die mit dieser Kack-Marmelade die ganze Zeit? Geht mir richtig auf den Sack. Können wir jetzt schon mal Tomaten anpflanzen. Das Blöde ist nur, wenn die dann weg ist die Aufgabe. Das weiß man ja vorher nicht so genau. Indigo habe ich auf jeden Fall genug. Ich habe im Stream einiges bekommen. Oh, ich hätte schon wieder einfach gemacht, das Schiff. Oh, Glück gehabt. Ich mache mal einfach mal orange-Marmelade blau. 20 Urkunden, 15 Fehler von Femmaris. Wenn wir uns jetzt gucken. Vielleicht kann ich umtauschen. Ne, ich brauche jetzt zwar Fehler, aber habe ich keine Urkunden mehr. Leider nicht. Aber die sind alle schon verplant fürs Tauschen. Die Dinger. Das ist schon wieder aufgabenhänge, ey. Das ist immer noch nicht sojabohnen. Immer noch vier Minutes. Oh, ein Boltz nicht kann erweitern. Hey, Scheune 75. So spielt man. Noch 42 Erfahrungspunkte. Einmal noch. Dementschung auch noch mal eine Klotsche rein. Inserat kommt ja in 20 Sekunden. Genau 1000 EP gibt das Schiff. Und noch 90.000 EP zum Level Up. Ja. Kirschen, Erdbeckerzen habe ich. Zitronencreme habe ich nicht. Hoffentlich ist es ein 9er Schiff. Und ich hoffe, dass der Booster ein paar Kisten voll macht. Ich kann leider nicht tauschen. Das ist gut so. Jetzt war die Wahl gehabt, dass die Erdbeckerzen voll gemacht worden wären. Aber egal. Die geben schon viele PA 1-1. Nicht schlecht. Ich werde gleich noch mal nach Schiffaufgaben ausschalten. So etwas mehr in die Nacht hinein. Dann werde ich nämlich im neuen Level dann auf jeden Fall noch ein bisschen gucken. Auf jeden Fall hier jetzt. Ah, ich habe schon wieder... Tach. Mann. Was mache ich denn? Oh, Janek. Dankeschön. Er hat auch keine Urkunden. Er hat Dominik. Wir haben gleich die 10.000 Schiffspunkte. Huhu. Ich habe jetzt mein Erdbeer-Eis. Das könnte so ein Eis sein, was ich gleich im Schiff brauche. Da würde ich sogar meinen halben Arsch drauf verwenden. Aber nur einen halben. Dankeschön. Boah, was ist denn hier los, ey? Jonas ist fleißig on hier. Mal die, mal die. Kürbissuppe. Mach ich einfach einmal voll. Ach, hätte ich gar nicht voll. Mal ist egal. So, und dann wieder ein nächstes Schiff. Cool. Sehr gerne, Robin. Eins habe ich. Was hat sie eins? Ich habe einfach nur eins habe ich. Was hat sie eins? Eine Landurkunde oder was? Welche hat die denn? Habe ich da gerade drei Käse reingetan? Autsch. Mega-Autsch. Oh. Blumenkerz habe ich auf jeden Fall nicht. Oh, mit Muffins habe ich glaube ich auch nicht mehr so viele. In dem Fall ist das ein Scheißschiff. Ich nehme die manchmal weg, weil ich die gerade brauche. Was mache ich? Ich habe wohl Nachos. Ach, kack drauf. Ich habe sowieso nur einen davon. Und daher Wurst. Blumenkerze ist kacke. Egal, ich mache sie trotzdem frei. In der Hoffnung, dass irgendwer Blumenkerzen hat. Das Problem ist, ich mache Kerzen wirklich nie. Nie, never, never. Ah. Gute Nacht, Winky. Dankeschön, Sanyo. Natürlich. Die hat sie wieder. Wer auch sonst? Nein, die mache ich nicht. Ich etwa Eis brauche. Ich kriege nächstes Level gar kein Feld. Nur 15 Diamanten. Aber egal, es hat nichts. Level Up ist Level Up. Und bleibt Level Up. Ich stelle noch ein paar Sojabohnen auf. Muss jetzt eigentlich hier auch die Sojabohnen fertig sein. Yo. Ich mache das jetzt einfach mal die Aufgabe, weil ich glaube, ich mache mal gleich sowieso Sojabohnen mit dem anderen ab rüber. Aber eine brauche ich noch. 30 kriege ich jetzt, ne? Mal soll ich Level Up schaffen jetzt. Ja. Gut. Dann kann ich mir dann die Sojabohnen auch rüber machen. Level 7. Geil. Straßenverkauf und Zuckermühle. Was ist dein Straßenverkauf? Jetzt nicht. Jetzt nicht. Ja. Dankeschön. Dankeschön für das tolle Buch. Ich hätte meine Freude nicht... Ich hätte mich nicht mehr freuen können. Und direkt Zuckerrohr, ey. Wie assi. Richtig assi, ey. Direkt Zuckerrohr. Direkt brauner Zucker. Nicht wie der Anzeigenquise. Scheiße, ich habe immer noch zu wenig Mais. Immer noch zu wenig. Moin, Steffen. Geht. What? Geht. Äh, noch 73.000. 72.000. Das läuft doch. Jonas ist heute eine Grinsebackel, glaube ich. Ein Grinsebackel. Backelchen. Kaufen mal Eier, weil die könnte ich auch eventuell gleich nochmal beim Schiff brauchen. Aber die brauche ich auch so häufiger mal. Ich habe ja keine. So, habe ich davon auf jeden Fall genug. Kaut und fertig sind, mache ich da Mais rein. Äh, heyday. Na, was geht. Äh, heyday. So muss das. Oh, nee, ist das Schiff. Gut. Kriegst du ungefähr 3.000 bis 5.000 pro Schiff, ne? Ja, jetzt noch 67.000. Ja, müssen noch ein paar Schiffe. Yeah. Ich habe jetzt sowieso noch die Fütteraufgabe jetzt. Bin noch ein bisschen mit beschäftigt. Espresso wird definitiv gemacht. Joa. Ich möchte Level abkommen. Also mal mache ich nicht immer so viele, das ist jetzt nur wegen dem Event, also. Sonst mache ich das nicht. Nein, wer hat da die Erdbeeren gekauft? Schwein. Der Harzer Falken. Schäm dich. Die Erdbeeren kaufen. Haha. Ich komme später. Jetzt eben noch Level abwerten, dann gehe ich was essen, dann komme ich in Discord. Ah, Discord. Ayasushi. Dankeschön, Genies Home, auch in meiner Freundesliste. Grüße gehen raus, an die Genie. Grillzwiebel, mach dir mit deinen Erfolg. Dankeschön. Ah, kann ich nicht mehr. Fuck. Was geht hier? Ich brauche noch... Ich kann Weißbrot machen. Hab' ich nicht, hab' ich nicht. Hab' ich nicht, hab' ich nicht. Boah. Level 10 dauert es noch ein bisschen. Die Zanyo und Golden Snicker. Das ist doch schön. Oh, sie hängt immer noch rum und sagt, ich bin gratis. Ich will dich aber nicht gratis. Gar nicht. Oh, ich kann fast mein Siedler upgrade. Uh. Mal ein bisschen farmen. Wie hoch ist das? 6,850. Okay. Ich dachte schon, ich hab' mich grad verguckt. Irgendwie 6,650 gelesen. Grad schon einen kurzen Strecken bekommen. Ah gut, es hätte jetzt auch nicht viel Unterschied gemacht, aber. Hab' mich doch dann schon gewundert. Krautensäfte gehen eigentlich schnell voll. Eigentlich. Der Jonas. Ach, vor allem bei dem Event helfen sie sowieso alle. Können die eigentlich auch mal machen, ne? Mach' ich jetzt auch. Die Carolin. Ja, dankeschön. Der Fleck. Hat der denn den Busch, ey? Wollte Schiffe machen und keinen Busch suchen hier. Das gibt's ja nicht. Ich bin ja auch so ein Busch-Expert. Warte, ich bin zwar der Busch-Doktor, aber die Busche zu finden, ist nicht so einfach. Ja, schon. Der kann man nicht mehr helfen. Im wahrsten Sinne des Wortes wahrscheinlich. Vielleicht. Weiß es nicht. Zjahrt. Ich mach' die Kirschmarmelade voll. Auch wenn sich das wahrscheinlich als großen Fehler herausstellen wird, ich mach' ich sie trotzdem. Voll. Und Apfelsaft kaufe ich mir. Dann war' jetzt hab' ich gar nicht mehr so viel. Man wurde auch übrigens geholfen. Claudia macht mir anscheinend auch mehrere Schiffe. Schon wieder voll. Claudia, verarsch' mich bitte nicht. Beihahn. Ne, hier mach' ich die Kirschmarmelade nicht voll. Ich mach' mit Erdbeeren. Und die Genie. Uuuh. Ich hab' den Brechreis bei dem Schiff. Claudia, verarsch' mich nicht. Mann. Verarsch' mich. Komm, ich krieg' das einfach ab hier. Bam, 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 bam. Dum, 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 dum. Was für'n Kackschiff. Das kann ich doch direkt weiterschicken. 2, 4, 4, 8, 12. Hab' ich 0. Kannst direkt weiterfahren. Dieser Strauß hab' ich auch nicht. Wird jetzt auch problematisch. Wie oft sie die Aufgaben neu kommen. Das ist schon ein bisschen Luxus. Muss ich ja schon sagen. Oh, hab' ich doch. Dann kann ich's machen. Wenn ich... Dieser Strauß an Erfahrungspunkten gibt. Das kann doch nicht weniger geben als Bananenfankuchen. Das ist ja... mega demütigend. Genie hat mein Erdbein gekauft. Trau dich das nochmal. Hey, Jonas. Ach, scheiß drauf. Oh, die Genie hat aber erstmal alles vollgemacht. Ja, dann kann sie auch mal die Erdbein gönnen. Oh, Ziegenmilch hab' ich glaub' ich gar nicht. Ziegenmilch. Mir kann keiner beim Schiff helfen. Ich hab' ja kein Schiff. Ich hatte eine Meldung, dass man beim Schiff geholfen wurde. Aber ich hab' doch gar kein Schiff da stehen. Hm. Ich bereue's jetzt schon, aber ich mach's einfach mal so. Ich bereue es jetzt schon, mit meinem ganzen Herzen. Die Ziegenmilch werd' ich niemals finden. Okay. Ziegenmilch so... Claudia. Mann! Der ist auch immer noch das Gleiche für dich. Ich will mich einfach verarschen, glaub' ich. Das ist nicht nett. So, mal kurz hier bei den Freunden... ...nach Ziegenmilch. Okay, Wolle brauche ich für die Stadt. Eigentlich noch viel Ziegenmilch. Ich hab' zumindest mal viel Ziegenmilch. Oh, Genie hat Hamburgers drin. Wie gönnen wir uns? Ich gönne mir einfach alles hier aus dem Shop. Gönnen mir einfach alles. Toll, ich krieg' Ziegenfutter, aber keine Ziegenmilch. Eine Ziege kann ich noch füttern. Dankeschön, äh... Weiß' ich nicht. Irgendwer. Sag' euch, die Ziegenmilch werd' ich im Jahrhundert nicht sehen. Gönnen, äh... Tja, wie mach' ich das jetzt am besten? Oh, Bretter. Verkauf' ich dir einfach Bretter. Ich glaub's nicht. Da haben aber gute Sachen drin. Mensch, Mensch. Brauch' aber Ziegenmilch. Ziegenmilch... Oh, ging's rot. Sag' ich doch, die finde ich. Aber keine Ziegenmilch. Ziegenmilch... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, ich brauche Ziegenmilch Wahrscheinlich genau jetzt finde ich sie in der Zeitung Brauche ich eigentlich 18 Die Ziegenmilch stoppt mich, sie bremst mich und schränkt mich ein Die Eier kaufe ich mir Ich wette es kommt ja noch ein Eierschiff Ich wette Gehen wir mal zum Jonas Gehen wir erstmal zum Jannik In Jonas hat er nichts drin Gehen wir erstmal zum Jonas nochmal Dankeschön Jetzt kommen sie auf einmal alle Dankeschön Hätte jetzt nochmal meinen zweiten abgeguckt Ab genug, Sanyo Oder hat sie was reingetan? Ne, glaube ich nicht So, im nächsten Buch wird Ziegenmilch sein Ich schwöre drauf Und ich habe schon mehr Akku-Futter reingemacht Au Mann Pui Aus jetzt von den Erdbeeren Lass dir die in Ruhe Dann kommt immer noch andere Der Steffen Der Jonas Und die Sanyo Das ging ja schnellstif Sollte ich über der 14 Millionen 1,4 Millionen Grenze sein Noch 46.000 Jetzt noch 45.000 So muss das sein Eigentlich müsste ich die Aufgaben Mit richtig viel EP immer da lassen Ich stelle einfach mal Weizen rein Einfach mal Weizen Boah Dann mache ich Dann mache ich erstmal alle Hier vorne Ich gebe das mal 3.000 EP of the Dash Ich komme einfach das ganze Schiff Just drauf Und noch 39.000 So 38.000 Geil Schon wieder Erdbeerkerzen Geben die wieder so komische EPs Rosé Erpisst dich einfach Hast du schon mal gesagt Ziegenmilch Nee Hätte ich drauf wetten können Da Da ist sie Könnte kotzen Aber nur halb Im Strahl Und das lang Und weit Mann 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 Man merkt die Unfairness Ja überhaupt nicht Nur ein ganz kleines bisschen Vielleicht Aber nur ein ganz kleines bisschen Aber das hat jeder Das hat jeder Wenn man es braucht Findet man es Nirgends Dankeschön SB68 Und Danio Dank you Das gut ist davon profitieren ja auch eigentlich meine Gemeinschaftsmitglieder hiervon Was ich hier mache Ja auch schon wieder Ich hole mir ja die Schiffe Zwar für mich Aber Ich gebe eigentlich immer vier frei Ich könnte natürlich auch alle voll machen Aber ich gebe eigentlich immer vier frei Ähm Natürlich nicht in dem Sinne Dass ich Allen auch die Chance geben möchte Sondern einfach nur in dem Sinne Dass ich mehr Schiffe dadurch machen kann Und mehr Materialien dadurch auch ansparen kann Einfach nur quasi so ein Salespot für mich Dass ich nicht so ganz seltene Sachen reingeschmeißen muss und so Ich müsste Sonja bald keine Ad-Bag-Kerzen mehr haben Wenn das so weitergeht Weil die blau möchte ich mir selber voll Joa Okay Wollte nur Peaches schreiben Da vermittelt er sich direkt neu So ein Schwein Die Carolin Der Janek Machen sie mir erstmal voll Komm mal WhatsApp Ich muss mit dir reden Gebt mir zehn Minuten Tomaten Ich habe doch Noch keine Aufgabe Backbau Nein War ich nicht Okay zehn Minuten schaue ich wahrscheinlich nicht Egal ich versuche es einfach 30.000 Hier mache ich nochmal so Ja Bohnen Kann ich hier noch so eine machen Ja Top Nein Kriegst keine Milk Dauert Wie viel lang dauert das Boah 5 Stunden 40 Ein Doppelbrett fehlt mir noch Das kriegen wir auch noch zusammen Braucht zwar nicht Aber kriegen wir bestimmt noch zusammen Oh das ist gut Gebe ich nur Zitronentee frei Rest mache ich voll Der Rest wird einfach gefüllt Bis oben hin Steht schon mal mit dem Kaffee da Du sollst kein Kaffee trinken Maybe 26.000 Erfahrungspunkte Ich glaube wir haben eben 100 Diamanten hier verschwendet Egal Man muss das Schiff Event ja auch ausnutzen Geht ja wenig umsonst gemacht Den mache ich jetzt rein hier Chocopop kann man hier auch rein Nudeln A la Gabonada Sogar richtig ausgesprochen Ho Ein richtiger Profi Espresso Nägel Hä Nägel War noch Nägel Oder nicht Nägel gesehen War ich Nägel gesehen Irgendwo Nägel gesehen Oh man Irgendwo Nägel gesehen Es sah echt aus wie Nägel Dankeschön Dankesbrief an Nix Kian Achso Noch einmal bitte Please Pleasel Schiesel Leider immer noch kein Speck Also es ist eine kritische Situation Und schon wieder Dankesbrief an Nix Bananer Erdbeermolade Und Sommersalat Wie viel kriege ich denn An Schisspunkten 30 ungefähr oder nicht Ja 110.000 Sollt man noch knacken 21.000 EP noch Und 100 Schisspunkte 100 Schisspunkte Hilft ihm denn keiner den Mohamed Mohamed Und nun hin bei Muffins Die kleinen süßen Claudia schon wieder Die will mich verarschen Ah die will mich verarschen Der hat doch gar kein Schiff Pure Verarsche Fischfilet Federn Heiliger Kanickel Ich könnte mir Fischfilet rüber machen Ob das jetzt lohnt Ist eine andere Sache Wir müssen erstmal gucken Hoffentlich ist es ein neuner Schiff Natürlich Nicht Okay so ein Fischfilet Kann ich mir gar nicht rüber machen Äh schicken wir direkt weiter Ziegenmilch Natürlich Find ich Ziegenmilch in der Zeitung Bestimmt nicht Schrauben Ich find natürlich eher Schrauben Als Ziegenmilch Das ist natürlich Auch klar Aber er hat noch was reingestellt Scheiße Ja ich brauch Ziegenmilch Vielleicht stellt sich der Ziegenmilch rein Glaub ich zwar nicht Aber Maybe Das macht's nicht Ah jetzt muss das Schiff nochmal kommen Ich kann mir noch drei Behalte ziehen Ach mann Ja gut, das kann ich trotzdem machen. Gebe ich einfach Zwiegenmilch frei. Gibt ja nicht so viel LP. Einfach nochmal eins rein. So, dale. Und schon wieder voll. Geil. Ich hätte einige Schiffsaufgaben damit machen können, aber Schiffsaufgaben habe ich ja gerade nicht. Kommen bestimmt noch. Ein Schiff noch, dann 110.000 Schiffspunkte und noch 14.000 Erfahrungspunkte. Ah, der kann jetzt auch shoppen, ne? Er findet mal direkt Faser an. So muss das sein. Alles nicht so viel Geld, das Problem. Das habe ich gar nicht gesehen, das Doppelbrett, ey. Das ist richtig blind. Ne, kein Geld für. Habe ich den Brot jetzt bekommen? Jo. Ah, Doppelbrett. Geht weiter. Yay. Yay. Ja, Schiffspunkte sind sicher. 10 Spitze und 10 10 T. Er möchte eine, eine Bergaufgabe gespendet haben. Oh, Jonas gibt's ihm. Ah, ich war auch immer überlegen, ob ich's ihm geben soll. Und wann mache ich sowas nicht gerne? Weil eine ganze Aufgabe zu spenden, ist irgendwie immer blöd. 10.000 und 110.000 Schiffspunkte. Äh, ey. Boah. Stift ist mal nicht aufgefallen. Voll ins Auge bekommen. Okay, muss ich auf jeden Fall mal Himbeermarmelade, äh, Himbeermuffins machen. Öh, ekel. Hm, die auch weiterschicken. 10.000 noch. Oh, leider ein Fisch mit Bommes. Obwohl, das will ich eigentlich, das krieg ich doch irgendwo her. Ja, das krieg ich irgendwo her. Müssen wir eine zweite Farm auch haben. Ein Fisch mit Bommes. Dauer ein bisschen, bis es angezeigt wird, aber er hilft. Oh, mein letztes Ziegenmilch. Verbraten. Könnte das letzte Schiff sein, übrigens, Leute. Oh, danke schön, Margit. So, jetzt, wo kriegen wir eine Fisch mit Pommes her? Ich würde fast sagen, ich gucke mal in meinem zweiten Arc. Es sei da kein anderes Headay offen, deswegen wollen wir mal kurz mit meinem Handy reingehen, weil ich kann aber auch das Bild schwarze machen. Ein anderes Gerät verbindet sich gerade mit dieser Farm. Hals, Maul. Ich habe den LKM kurz weitergeschickt. Den müsste ich eigentlich Fisch mit Pommes haben. Ja, 14 sogar. Gebe ich mal 5. Und dann kann ich da ja noch die letzten Kühle füttern. Ach, kommt drauf. Die E-Aufgaben mache ich nicht so gerne mit zu ernten und so. Okay. Wie viel Pommes habe ich? Kann ich abschicken. Watz. Wir brauchen kein Schiff mehr machen. Bisschen Diamanten sparen. Oh, Butter. Aber kannst auch wieder mit Indigo. Ja. Level up. Juhu. Mal Reis hier dran. Ich wollte eigentlich erst Tomat machen, aber nö. Kartoffeln brauche ich für Shit. Auf jeden Fall Trauben. Ich habe nur eine. Zwiebeln. Hier können die ganze Reste. Reste Shit. Anpflanzen, die ich nicht habe. Level up. 168. Geil. Geilo. Ich habe auch direkt gerade mit meiner zweiten Lebenaufgabe angenommen. Das ist super. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute. Ähm. Wir haben einen schönen Endscreen Level up. Was will man noch schöneres haben? Ähm. Ja. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Hauen sie rein. Und ciao.